Die zentrale Gedenkveranstaltung begann in der katholischen Kirche von Bonnard mit einem ökumenischen Gottesdienst in deutscher Sprache, der von Sultan Balog, Bischof der reformierten Kirche, Laszlo Felföldi, Komittalsbischof der Diözese Fünfkirchen, Peter Kondor, Bischof der südlichen evangelischen Kirche und Stefan Wiegand, Pfarrer von Bonnard, gemeinsam zelebriert wurde. Erinnerung macht uns offen, macht unsere Augen offen, für andere, die heute so leiden. Wir sind deshalb hier heute zusammen, gerade in einer Kirche. Weil hier kann das Wissen wachsen, dass wir alle aus der Barmherzigkeit leben. Und wir sollten diese Erfahrungen weitergeben. Wir haben einiges vorzuweisen. Wir haben einiges, worauf wir stolz sein müssen, die Ungarn-Deutsche Kultur und überhaupt die deutsche Kultur und das, was gemeinsam ist und das, was unterschiedlich ist. All das ist so schön und so gut, daran zu denken, darin zu leben, daraus Kraftschub zu schöpfen und das weiterzugeben an die nächste Generation. Wir sollten gemeinsam leben. Und so leben, wie Gott uns das versprochen hat. In Johannes-Evangelien lesen, wir leben in seiner Fülle. Diese Fülle gibt es nur dann, wenn wir Deutsche, Ungarn, Deutsche, Ungarn zusammen dastehen. Dafür, was uns die Geschichte lehrt, die Geschichte des 20. Jahrhunderts und was uns auch im 21. Jahrhundert erhalten kann. Und das ist nichts anderes als die Barmherzigkeit Gottes. Vorsitzende der Landesselbsverwaltung der Ungarn-Deutschen, Frau Iboja Hock-Englanda, hat in ihrer Festrede über die tragischen historischen Geschehnisse erzählt, die sie mit persönlichen Erinnerungen ergänzte. Mit leisen, versöhnenden Tönen, Gedenken des Schicksals von Vätern und Söhnen, von missbrauchten Kindern, die wir damals waren, wir wollen der Zukunft jeden Hass ersparen, schreibt Valeria Koch in ihrem Gedicht Gedenkzeilen über die Vertreibung, dass sie zum 50. Jahrestag der Vertreibung verfasst hat und dass an der Mauer des Fünfkirchner Lenauhauses als Mahnung steht. Ich wünsche uns, dass wir die heutige Gedenkfeier in diesem Sinne begehen. Voriges Jahr waren es 75 Jahre her, dass die erste Lokomotive mit dem auf die angehängten Viehwaggons geschriebenen Satz Ishtenvelet-Hosank in Wudersch-Budersch losfuhr und die Gedemütigten, Enteigneten ihrer Häuser-Beraubten ins Ungewisse trug. Ihre Jahrhunderte früher gewählte Heimat, zu der sie trotz aller Enttäuschungen bis zum letzten Ende treu geblieben sind, hat sie im Stich gelassen. Diesem ersten Zug folgten noch viele in Richtung Westen in den Jahren 1946, 47 und 48. Insgesamt wurden etwa 200.000 Personen einwaggoniert und abgeschoben, mit der Absicht, sie nie wieder nach Ungarn zurückkehren zu lassen. Diesem ersten Zug in Richtung Westen sind aber auch viele in Richtung Osten vorangegangen, die Zehntausende zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion transportierten und deren Lebensweg früher bereits Ende 1944 begonnen hat. Die Rote Armee verschleppte etwa 30.000 Personen deutscher Abstammung. Ein Drittel der Gefangenen fand im weiten Russland den Tod. Verschleppung und Vertreibung. Es gibt kaum Familien, die von dem einen oder dem anderen verschont geblieben sind. Oft folgten diese beiden Schicksalsschläge aufeinander. Bei Gedenkfeiern vergessen wir aber oft darauf, wie viele der in Ungarn zurückgebliebenen Deutschen ebenso mit Verfolgung konfrontiert wurden. Mit Entrechtung, Enteignung, Zwangsumzug, Internierung und oft mit Zwangsarbeit hier in Ungarn. Auch für mich steht der Gedenktag im Zeichen der Erinnerung. Ich höre noch, wie meine Großmutter väterlicherseits über die Einwaggonierung ihrer Mutter und Schwester mit Familie erzählt. Wie ich 20 Jahre später meine Urgroßmutter kennengelernt und als sechsjähriges Kind nicht verstanden habe, wieso sie in Deutschland lebt. Warum wir für sie unsere Ungarn und sie für uns unsere Deutschen waren, wobei wir die gleiche Sprache gesprochen haben. Ich verstand auch nicht, warum wir mit meinem Großonkel bei jedem Besuch die ungarische Hymne singen mussten. Aber ich vernehme auch die Stimme meiner Oma mutterlicherseits, die schimpft, wenn wir etwas nicht essen wollten. Sie sagte immer, du testest schon noch es, wann es in Russland wirst. Diese meine Oma ist für mich das Vorbild für das Einstehen für die Herkunft, für das Nichtaufgeben der Identität trotz aller Bestrafungen. Wie oft sagte sie, wenn es hieß, die Muttersprache zu gebrauchen sei verboten. Schlimmeres als die Jahre in Russland kann man uns nicht mehr antun. Und deshalb werden meine Enkelkinder just deitschrede. Auch daran denke ich oft, wie mein Opa den Satz, uns unser Haus geschmeißer, verbittert spricht, und der drei Jahre mit Frau und Kind, mit meinem Vater, im Nachbardorf, in einem Presshaus wohnend, so lange geschuftet hat, bis er sein eigenes Haus zurückkaufen konnte. Gedenken heißt immer, sich an historische Ereignisse zu erinnern, diese aus der Sicht der Nachwelt zu untersuchen und zu werten, aber es heißt auch, sich an kleine Alltagsbilder zu klammern. Die beiden sollten sich ergänzen. Die persönlichen Erinnerungen geben den geschichtlichen Tatsachen einen emotionalen Inhalt. Wir lernen sie aus einer anderen Perspektive kennen und lassen sie in einem anderen Zusammenhang sehen. An unserem Beispiel sehe ich, dass ein Zugehörigkeitsgefühl nur durch die Familie entwickelt werden kann. Alle meiner nahen Verwandten leben in Deutschland, wurden Heimatvertrieben und wir haben doch nur noch mit einer einzigen Familie einen engen Kontakt. Ich weiß, heute gelten Verwandtschaftsbeziehungen zweiten oder dritten Grades kaum noch, aber nicht das zählt, sondern ob man sich erinnern will oder nicht, ob es einem wichtig ist, an den Wurzeln festzuhalten oder nicht. Vergangenheit, Vergangenheitsbewältigung ist wichtig, aber wir müssen in die Zukunft schauen. Ich bin von zu Hause aus und durch die noch vorhandene deutschsprachige Umgebung in meinem Heimatdorf so erzogen worden, dass es für mich selbstverständlich war und ist, dass ich eine Deutsche bin. Für unsere Kinder und Enkelkinder ist es aber nicht mehr so natürlich. Der Prozess muss bewusster werden und dabei müssen die Familien unterstützt werden. Die Veranstaltung wurde mit der Einweihung des Denkmals für die Vertreibung und Verschleppung der Ungarn Deutschen aus der Tollnau und einer gemeinsamen Kranzniederlegung fortgesetzt. Laut Ibojaug Engländer steht der Ort der heutigen Veranstaltung, Bonnhardt, symbolisch für all die historischen Momente, die diese Zeitperiode prägten. Darauf weist auch die Inschrift des Denkmals hin, das heute eingeweiht wird. Vertreibung, Internierung, Krieg, Verschleppung, Schicksalsjahre der Tollnauer Ungarn Deutschen. Das Denkmal ist die Arbeit des in sechs Jahren lebenden Künstlers Laszlo Sotmarios. Der Staatssekretär für Kirchen und Nationalitätenangelegenheiten des Ministerpräsidentenamtes, Miklos Scholtes, sprach darüber, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg dachte, es komme die Zeit der Ruhe. Diese Hoffnungen wurden doch durch Bestrebungen der Weltmächte zerstört. Von, amikor már azt hittük, hogy a 20. század szörnyűséges pusztítása innenk vége lesz. Amikor azt hittük, hogy végre, főleg a nagyhatalmak észreveszik, hogy az ő felelősségük, az ő felelőtlen politikájuk miatt mennyi minden tragédia történt szert a világban. És ahelyett, hogy leállították volna azt a szörnyűséget, amilyen indult, még szorgalmazták is. Így Magyarországon több mint 200 ezer német nemzetiségi honfitársunk, mert kellett, hogy elhagyja szülő faluját vagy városát települését, szerte, közép- és kelet-európában pedig több mint 13 millió német járt hasonlóan. Egyszerűen, mert kollétív bűnösnek kiáltották ki őket. Holott a bűnöseket nagyon jól tudjuk, hogy kik voltak, és később is kik diktáltak, szerte Európában vagy kelet-európában is. A kommunizmus alatt is, és más diktatúrák alatt is. És ezért kell emlékeznünk most jó évtizedekkel később is, hogy tudják az emberek, fiatalok is, hogy mekkora a felelősség az, hogy a történelmünk során most van egy olyan időszak, amit végkességben tudunk eltölteni. A történelmünk során van egy olyan hosszú időszak, amikor gazdaságilag is, és kultúrálisak is, és szokvinden men tudunk gyarapodni, de emellett pedig látjuk, hogy a világban milyen törekvések vannak, akár a kereszténség, akár a nemzetek, akár az egyes nemzetiségekkel szemben. A különböző a történelmünk. nemzetekvédő, Az emberekköző ők szemben, az egyesmény képzik nőszük a pályamátkó az átkán. ICH értük a különböző, hogy az állfól a kéta de képzest, a kéta a különböző alfétekkel. A kéta az ítmás szemben az ingégéseli existed, így az átkán szeretnendben, hogy a különböző érdekkel��hezik is. A kéta minden az mutató, hogy a két jadiöket most, hogy a személetemével az embereknek, Und ich freue mich sehr, dass ich hierher gekommen bin und auch hier zum Beispiel die jungen Mädels sehe in ihren Trachten. Das ist alles ein sehr, sehr schöner und interessanter Anblick. Ich hatte einen ehemaligen Außenminister, der Joschka Fischer, der natürlich, also Sie sehen, Sie haben sich alle sehr gut zurechtgefunden, glaube ich jedenfalls, und haben große Erfolgsgeschichten geschrieben, wie eben ein ehemaliger Außenminister. Laut dem ungarn-deutschen Parlamentsabgeordneten Imre Ritter ist es sehr wichtig, dass auch die Jugend darüber weiß, was geschah. Ich, wenn ich diese wunderschöne Sonne sehe, dann denke ich zurück, dass es nicht immer so war. Also nach der politischen Änderung müssten wir auch fast 20 Jahre warten, bis es so weit gekommen ist, dass wir einen offiziellen Gedenktag hatten. Und leider, diese Leute, die persönlich durchgelebt haben damals die Vertreibung, Verschleppung, sind immer weniger unter uns. Es sind schon neue Generationen aufgewachsen, die manchmal nichts davon wissen. Also es ist für uns sehr wichtig, dass wir jedes Jahr die Gedenktage machen, dass wir die jungen Leute auch darauf erinnern, dass es kann jederzeit vorkommen. Und es ist unsere Pflicht, dass wir vorgehen und wir versuchen, die Jungen so erwachsen lassen, dass sie davon Kenntnis haben, dass wenn es möglich ist, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Ich bin sehr froh, jedes Jahr machen wir das in einem anderen Ort. Wir wollten, haben geplant in Bonn-Hart schon voriges Jahr, aber leider wegen Pandemie ist es nicht zustande gekommen. Also es ist jetzt so ausgewöhnliche Veranstaltung, dass der 75. Jahrestag ist am 76. Jahr gefeiert. Zu diesem Fest und auch in dieser heutigen Rede von mir habe ich eigentlich zwei Linien verfolgt. Einerseits allgemein über die Ereignisse um das Ende des Zweiten Weltkrieges herum, also ab 1944 bis 1949 erwähnt. Aber das kommt öfters in vielen Reden vor. Was der andere Gedanke dabei war, das ist meine persönliche Betroffenheit. Also in meiner Familie kann man sowohl die Vertreibung als auch die Verschleppung und auch, worauf wir oft vergessen, die Verfolgung der hier in Ungarn gebliebenen Deutschen auffinden. Und ich denke, diese persönlichen Erlebnisse haben mich sehr in meinem Leben geprägt. Und als Schluss habe ich dann auch formuliert, dass wir daraus als Schlussfolgerung ziehen sollten, wie viel wir und was wir unseren Vorfahren schulden, die für ihr Deutschsein einstehen oder überhaupt sich dafür ausgesprochen haben, indem sie all die Schicksalsschläge erlitten haben. Und wir schulden ihnen, dass wir unsere Identität, unsere Sprache bewahren und weitergeben. Das ist für mich unheimlich wichtig. Vorsitzende der deutschen Selbstverwaltung Bonnhardt, Ilona Koch-Köhler, sprach darüber, wie wichtig das neu eingeweihte Denkmal für Bonnhardt ist. Bonnhardt war immer ein Zentrum der Ungarn-Deutschen hier im Talboden. Und hier leben heute noch viele Ungarn-Deutschen. Und wir sind sehr froh und wir freuen uns sehr, dass diese Veranstaltung hier in Bonnhardt stattgefunden ist. Und nicht nur die Veranstaltung, hier wurde ein sehr, sehr schönes Denkmal eingeweiht. Und das bedeutet uns sehr, sehr viel, weil erinnert uns an die Vertreibung, Verschleppung und Internierung, an die Schicksalsjahre der Ungarn-Deutschen. Nicht nur der Staat hat uns Geld gegeben, sondern die deutsche Selbstverwaltung vom Kommissar Tollnau. Und der Verein hat auch Geld gegeben und die einzelnen deutschen Selbstverwaltungen haben auch Geld gegeben. Und es war noch ein Unterstützer. Und ein Unternehmer, Peter Baumgartner, hat uns noch unterstützt. Und so konnten wir diesen Denkmal verwirklichen und können wir auch für die Jugend etwas nachlassen. Und es wird immer hier in Bonnhardt bleiben und wird zeigen, dass hier immer Ungarn-Deutschen gelebt haben. Und ich hoffe, dass sie in der Zukunft auch leben werden. Arpadiano Spottapi, Staatssekretär für Nationalpolitik, Parlamentsabgeordneter des zweiten Wahlbezirks im Kommissar Tollnau, hat auch darüber gesprochen, dass nicht nur die Vertriebenen eine schwere Zeit erlebten, sondern auch die in der Heimat gebliebenen, die nicht nur ihre Familie und Freunde verloren, sondern sich auch mit der Wirkung der Einsedlung konfrontieren mussten. Die Menschen, die sich um die Einwohner, die für ein Körperschäk, die Fremdesk- oder andere, die Menschen, die in der Welt gekommen sind, um die Kommunismus zu erneut haben, um ein Körperschäbchen zu erneut haben, um die Menschen zu erneut haben. Und ich glaube, dass immer die Menschen, die eingerベeniget wurden, um die Menschen zu erneut haben, wie sie und sie erneut haben. Das ist eine der Mai-Use-Modg-Hard-Körnerin ist, wo ist jedeante Europäer oder so anобыgenden Europäer, und wir sehen, dass diese Gesellschaft und diese Europäer sind, dass jeder Europäer Diem und die German und die Europäer anständische Und das Veranstaltungen wurde vom Deutschen Nationalitätenchor Theresia Ronay gesungen und die Mitglieder des örtlichen Ungarn-Deutschen Volktanzvereins Krenzlein nahmen daran in ihrer Volkstrakt teil.